Ja, was Sie Berne empfehlen würden, aus Ihrer Erfahrung heraus... Also Herr Pomerin, ich denke, Berne hat durch die Tatsache, dass sich jetzt im Bereich der Ortsdurchfahrt gravierende Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben, die einwandige Chance, auch etwas für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Ortschaft zu tun. Und wenn Sie diese Möglichkeit, zum Beispiel durch eine umgestaltete im Sinne einer Begegnungsstraße oder wie immer man das auch nennen will, wenn Sie das nutzen würden, dann würde ich persönlich sagen, ist dieser Zeitpunkt gut gewählt, damit zu beginnen, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg von Anfang an mitzunehmen. Und ich denke, wenn Sie den Ort in der Lebensqualität steigern wollen, wenn Sie ihn attraktiv als Wohnstaatort, als Lebensmittelpunkt machen wollen, auch für junge Familien, dann ist es, denke ich mir mal, an der Zeit auch gerade so diese Ortsmitte mit einem gewissen Schwerpunkt wieder optisch erlebbar auch zu machen. Ich kann Ihnen wirklich nur raten, machen Sie sich auf den Weg, auch wenn es länger dauert. Für Bumte hat es sich belohnt. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben also zu 80 Prozent das Projekt, bei uns noch Scherz-Bes genannt, befürwortet, sind nach wie vor große Befürworter und haben also eine sehr große Verbesserung auch der Lebensqualität, der Aufenthaltsqualität in der Ortschaft festgestellt. Weniger Lärm, weniger Abgasemissionen, es wird mehr als Begegnungsstelle, als Begegnungsort empfunden, als Verkehrsfläche und ich denke, das ist für Bürgerinnen und Bürger eine Ortschaft, die dort leben müssen, ein absoluter Gewinn. Vielen Dank für das Statement. Danke, gerne.